Untertitelung des ZDF, 2020 Maria Montessori hat schon ihr erstes Kinderhaus, das war das Casa dei Bambini, das Haus der Kinder. Das war für sie so ein Gedankenbild, dass das ein Ort war, wo die Kinder sich wirklich entwickeln können. Das heißt, wo sie all das, was sie in der großen Welt finden, auch in dieser kleinen Welt finden, nur halt angepasst. Es gibt den Wunsch der Gesellschaft, den die Politik umsetzt, dass Kinder eben ab einem gewissen Alter betreut werden. Und den gibt es eigentlich schon sehr lange, also nachdem die Großfamilien und so weiter nicht mehr existieren, ist der Bedarf gegeben gewesen. Und so hat man das eben etabliert, was am Anfang eben als reine Erziehungsanstalt eben aufgebaut war, hat sich dann so ein bisschen vermeintlich in Richtung Kind hinbewegt und kindliche Wünsche. Und so ist es eigentlich bis heute. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, könnte man sagen, ein Kindergarten, wo die Politik bzw. die Eltern etwas kreiert haben oder auch gemeinsam etwas kreiert haben, was eben eine gewisse Zeitspanne bei den Kindern abdeckt. PONCIONOMIA 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 Also es sind schon sehr viele Materialien, die eher an eine Schule erinnern würden – wenn man jetzt zu einem herkömmlichen System kommt – als an einen Kindergarten. Also das ist einmal ein Unterschied, der gleich ganz augenscheinlich ist. Es sind natürlich die Pädagogen anders ausgebildet, also die Haltung der Pädagogen ist eine ganz andere dem Kind gegenüber, also jetzt in einem herkömmlichen System, also bei uns steht wirklich das Kind im Mittelpunkt, die Entwicklung des Kindes und was einfach auch in dieser Zeitspanne von drei bis sechs Jahren einfach so eben wirklich gelernt werden sollte oder gelernt werden möchte vom Kind. Mit dem Alter von circa drei Jahren kommen die Kinder wieder in eine neue Phase, also sie haben die Sprache erworben, sie beherrschen ihre Bewegung eigentlich, sie haben auch viele Fähigkeiten erworben, die ihnen erlaubt einfach in einer größeren Welt zu existieren und vor allem in verschiedenen Umgebungen sicher zu sein. Und deshalb ist das auch so ein ganz typisches Eintrittsalter in ein Kinderhaus, weil bei einer halbwegs natürlichen Entwicklung die Kinder eben dann sauber sind, sie können sich mitteilen, sie können gewisse Grundzüge oder beherrschen Grundzüge der Kulturtechniken, das heißt sie können selbstständig für Nahrungsnachschub sorgen, das heißt sie können Butterbrot streichen oder sie können etwas essen mit Besteck. Also all das haben sie entwickelt und das hilft ihnen natürlich, oder sie wenden es gerne an, könnte man auch sagen, in einer nun neuen Lebensumgebung. Eine vorbereitete Entgübung in ihrem Sinn beinhaltet eben ganz viele Materialien, von denen zu erwarten ist, dass diese Materialien das Interesse der Kinder in einem gewissen Zeitabschnitt trifft. Die Materialien sind so gestaltet, dass sie auch dieses Interesse sehr früh und sehr leicht anziehen können, also sie sind von einer sehr hohen Ästhetik, sie sind von einer sehr großen Klarheit in Farbe und Struktur, also so, dass sich das Kind schon beim leisen Hauch eines Interesses, wenn man so will, sehr einfach ohne große Schwierigkeiten mit diesem Material verbinden kann. Und das ist auch das Ziel, also diese Verbindung zwischen dem Kind und dem Objekt. Objekt und der Lehrer oder die Pädagogin, wer auch immer, das sind die Begleiter, also die stehen zur Verfügung als jemand, der die Betriebsanleitung liefert, das Prozedere bekannt gibt vielleicht, Möglichkeiten darstellt, aber nicht beibringt. Wir verwenden bewusst den Begriff Arbeit und nicht Spielen. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber die Kinder haben mit Spielen etwas ganz anderes verbunden als mit Arbeiten. Bei der Arbeit steckt ein anderer Geist, eine andere Haltung dahinter. Da ist der Ernst zu Hause, den sie ja auch suchen, also sie wollen sich sinnvoll beschäftigen können. Und Arbeiten, das haben sie schon erfahren, das ist etwas, was Wichtiges, etwas Sinnvolles, weil das machen auch die Eltern und sie wollen ja auch groß werden und ihre Arbeiten verrichten. Beim Spielen, das haben sie gelernt, ist es nicht so wichtig. Da war ja die Montessori schon sehr, sehr streng mit ihren Lehrerinnen. Also sie hat sehr große Vorgaben gehabt oder sehr klare Vorgaben eigentlich, wie man sich als Erwachsener einem Kind gegenüber zu verhalten hat in einer Gruppe. Und man muss auch an sich selber sehr viel arbeiten, weil wir sind geübt darin, sehr schnell einzugreifen. Also es gibt für uns nichts Schwierigeres, oder für die meisten Erwachsenen nichts Schwierigeres, als zu beobachten und das Kind einmal tun zu lassen. Und erst, wenn man sich selbst ein Stück zurücknimmt, dann kommt das Kind wirklich in die Möglichkeit oder in die Position, selbst tätig zu werden. Und gerade in diesen jungen Jahren nehmen wir ihnen sehr viel ab. Automatisch, nicht böse gemeint, das passiert ganz automatisch, dass wir viele Handgriffe, kleine Handgriffe für sie machen, die sie schon selber schaffen würden und ihnen dadurch ein ganz anderer Geist natürlich ermöglicht werden würde, wenn sie selber einfach diese Erfahrungen machen dürfen. Aber das ist sicher ein großer Lernschritt, den man mal selber erleben darf, dass man sich zurücknimmt und beobachtet. Und dadurch auch einmal überhaupt das Kind sehen zu lernen. Also man kann das Kind erst sehen, wenn man sich selber zurücknimmt. Dann mal beobachten und lernen, die Biografie zu lesen. Was steckt denn hinter welchen Verhaltensweisen und was braucht das Kind jetzt wirklich? So, da sind die Kinder und 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 die Kinder. Ich hole mir auch noch noch ein按gestelltes. Mit drei Jahren kann man schon Wunderbares gelernt haben. Man kann selbstständig sein, man kann eine wunderbare Sprache sprechen. Wir können mit zweieinhalb Jahren Sätze schon formulieren, die wir noch nie zuvor gehört haben. Aber wir können mit vier auch noch in die Windel machen und außer ein paar Lallmonologen nicht wirklich gesprochen haben. Also es gibt so riesige Unterschiede. Und wenn man nicht vorhat, die Kinder dann zu unterteilen ganz früh in verschiedene Gruppen, also in die neumodernen Teilleistungs- und Entwicklungsverzögerten oder Verstörten, da muss man lernen, die Geschichten auszulesen, um sie dann gemeinsam mit den Eltern eben zu diskutieren und zu erarbeiten. Kannst du das noch holen? Ja. Mit ungefähr dreieinhalb, vier Jahren kamen so die ersten symbolischen Gedanken im Kind auf. Das symbolische Denken beginnt. Und das Kind beginnt ganz automatisch. Also man könnte das nie so erzwingen, wenn wir sagen, wir wollen das so, dass da Buchstaben gelernt werden, dann könnte das nie in diese Leichtigkeit passieren, wenn es nicht vom Kind kommen würde. Aber ungefähr in dieser Zeit ist es eben so, dass alles mit ihnen zu sprechen beginnt. All diese Symbole. Und da gehören natürlich auch die Buchstaben und Zahlen dazu. Und die erarbeiten sie sich dann sehr, sehr rasch und mit großer Begeisterung und im Vorübergehen. Also wenn wir sagen, wir wollen, dass die Buchstaben lernen in dem Alter und es wird nicht passen, dann würden wir es nicht hinkriegen. Vor allem nicht mit dieser Begeisterung. Und ich denke mal, das kann man sehr, sehr gut auch beobachten, dass eine sehr entspannte Atmosphäre bei uns ist. Und jeder arbeitet an einer anderen Tätigkeit. Also es ist nie so, dass man jetzt das Gefühl hat, die müssen das machen. Oder alle müssen das halt jetzt machen, obwohl es für einige nicht passt. Und nur so kann es auch funktionieren. Also dadurch können sie halt dann mit sechs Jahren lesen und schreiben. Also da ist die Phase dann noch abgeschlossen. Also ab dann wird es auch mühsam. Wo ist denn da das Lamm? Und wo heißt das auf deiner Karte? Wo heißt das denn gestickt? Schau mal. Hier kommt denn dann als nächstes dran. Schau mal. Welcher ist denn das? Das Lamm. Es geht nicht darum, dass das Kind etwas macht. Oder wir mit dem Kind etwas machen. Wir können ein Kind natürlich überreden, mit dem Perlenstäbchen, mit dem Bunten, da jetzt zwei Stunden zu agieren. Aber wenn es kein Interesse hat, dann hat es keinen bleibenden Wert. Also das sagt der Psychologe Stiefel. Wer kein Interesse hat, ist nicht gebildet. Ich frage mich noch, wie lange zwei Minuten da waren. Ja, das ist bis 120 Zehens. Eins, neun, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich hoffe, dass ich Mami-Namen und Schwestern-Namen auch noch ausgehen soll. Das magst du alles heute noch schaffen. Immer wenn ich komme, will ich mal so ein Arschwetter machen. Ja, dann ist ja noch ein paar Tage Zeit, bis zu den Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. öftergalookat Vielen Dank.